Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majors Mask Es geht wieder weiter Wir haben das letzte Mal dieses Teil hier eigentlich abgeschlossen Schon mal vorbereitet für das Deko-Teilchen Damit müssen wir nur noch 7 finden Oh, der Goni Der City heißt dort Ja, der heißt genau gleich wie der Spieler, den man selber ist Immer, egal was er macht So, ja Dann dachte ich mir, ich hole mir mal ein paar Pfeile und so Man weiss ja nie, ob man die noch braucht Und den Ding da, hier da, drückte ich auch noch mal Dann gleich Äh Ja, meine Nase verstopft, das ist auch was Schönes Wieso gehe ich hier unten durch, ich kriege keine Energie Und dann kommt gleich das andere Blöde-Teil Also lohnt sich das eigentlich gar nicht Ah, geht doch So, kriegen wir jetzt mal Pfeile oder sowas So, ich gehe nachher nur noch bis zur, äh, ja Bis dorthin, wo unser Wo der Typ hieß da, der Vogel Äh, wo der Vogel ist Und ich meine nicht der in meinem Kopf Die sollte man schön auseinanderhalten Äh, was ist hier? Warum ist das hier rot? What the fuck? Was macht denn der? Warum fliegt er so weit? Ich hab mir noch keine Pfeile Du verdammte Piep 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 Naja Komm, putzi 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 Stirb Du Geht's kaputt und nur viel Pfeile Wow Ein Stealth Bomber Auch Fledermaus genannt Komm oan Ja komm du, ja komm du, ja komm du, ja komm Stierb, stirb, 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 stirb Ja! 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 Komm, greif mich an! Es ist beinahe schon Nacht! Schlimm, dass es Nacht ist! Komm, 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 komm! Braver Junge! Braver Junge! Hier hast du! Hier hast du! Hast du! Hast du! Hast du! Ich hab irgendwie das Gefühl, sobald es Nacht ist, dass wir dann gleich noch mal gegen den Kämpfen können. Na ja! Wir haben auch Irren! Irren ist menschleer, lass mir! Naja, ouch! Also gut, ja. Wir haben das- Es fehlen uns noch 7, das heisst der Post-Booter, den ich jetzt mal aufsuchen will. Mit der Zeit stoppen! Mal gucken! Ich werde das zuerst mal ohne Hilfe machen. Und da mit Hilfe! Näääää. der ist hier gut dann haben wir dann zwei von acht das dritte wird vorbereitet 4 5 6 Ja! Ja, ja! Drei, vier, fünf, sechs, vier, ein, ein, zehn... Ich glaube... Nein! Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Nein! Ja, ja! So, jetzt guck ich auf meine Udo... Mal gucken... Oh, ich hab vergessen, wann das genau war... Wo es... Jetzt? Ne, war bei einer nicht, weil ich das so will... Heeey... Der macht mich noch pleite... Eins... Zwei... Drei... Vier... Fünf... Sechs... Sieben... Acht... Neun... Zehn... Du willst mir verarschen, oder? Du willst mir verarschen, oder? Häy... Äh... So... Mal gucken... Oh, Mann! Du musst mir noch im richten Zeitdruck drücken, das ist das Schlimmste! So... Es muss ja dabei... Heinz... Wobers... Äh... Sieben... Ein... 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 Gehhhhhh... Ja, aber bei so kurzer Zeit... Ohh... Ich hab vielleicht auf die Uhr geschaut... Ja, aber wenn wir um die Uhr schauen, ist das auch ein bisschen blöde. So, jetzt zehn Sekunden, ich versuche mich zu konzentrieren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich hoffe, es ist out. Ihr habt doch gesagt, ich hab's besser out. Wieso musst du so gemeint sagen? Ah man, egal. Gut so, safe, 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 safe. I want to safe. So, damit hätten wir den Postboten fertig. Wie verlaufen wir jetzt? Wir haben zwei, das heißt, wir haben den Postboten und wir haben den... ...den anderen Typ. Äh, falsche Moskrie, die Moskrie. Dann müssen wir noch... ...friedhof und der. Damit hätten wir schon mal zwei mehr, das heißt, es will noch vier. Ähm... 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 Genau dieser hier. Damit hätten wir noch drei... Äh, ich bin rausgeflogen. Also, wir haben jetzt zwei geholt. Dann können wir noch den Typ... Also, noch den... Die Zeitaufgabe, also die wir alle drei Tage mal müssen. Dann hätten wir drei. Fehlen uns noch zwei. Damit hätten wir noch das Geld. Dann fehlt uns noch... Vier... Äh... Ja, noch vier fehlen uns dann. Dann haben wir noch den Friedhof. Dann fehlen uns noch drei. Was gibt es noch? Hatte mal noch mehr. Ähm... 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 Ach, wir haben noch die Biber, dann hätten wir noch zwei. Dann... Ähm... Pff... Ich mach mal das gegen die Biber. Hier, man kann doch dann was tun, ne? Wir brauchen den, wir brauchen den da, und wir brauchen den da. Ähm... Sollen wir dann noch Führeraufgaben? Fehlen uns immer noch zwei. Ähm... Warte mal noch, sonst mehr. Ach... Das nervt mich jetzt. Fehlen noch zwei. Hm, hm, hm. Ich mag nicht gerne, wenn so wenige fehlen, und ich weiß einfach nicht welche. Überlegen, 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 überlegen. Denken, 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 denken. Oh. Was? Hey, wo ist das? Hm. Hm. Ich sollte nicht, vielleicht nicht gerade in diesen Momenten auf die Uhr schauen. Da hier bekommen wir, glaube ich, nur Geld, in meinem richtigen Sinne. Äh, ist vielleicht der Typ hier, aber war ja das letzte Mal nicht hier. Könnte es sein, dass er noch in der Nacht hier rüst. Damit hätten wir einen mehr und da fehlen uns noch einer. Mal gucken. So, mal ist, hier ist er. Nein, schnell, weg, 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 weg. Stirb, 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 und? Was ist es halt hier jetzt schon? Ja, aber schon. Gut. Für uns leider doch noch zwei. Hm. Vor kurzem musste ich irgendwie noch, wo die waren. Ich hab doch alle vorhin mal kurz abgehäkelt. Ich frage mich wo die hingehen, wo ich mich abgehäkelt habe. Moin du. Wo, was? Hm, hm, hm. Kann nicht sein, dass diese Slime hier näher... Boah! Der war ja... Boah, der ging gerade wirklich... Neben mir? Boah! Glück gehabt. Sag ich doch mal... Soooo... Die Truhe mit irgendwas Schönes drin oder was ist da drin? Es kommt so Herz-Teil. WTF? Äh... Äh... 2-2-2... Muss ich mir noch überlegen, welche zwei das Rennen wären... Los für zwei Kräuter und Dossar hier hin... Ich weiß es nie... Ach komm, das Rennen mach ich noch kurz... Für der kleine und der große Bruder... Ach eben noch diese blöden 2... Herz-Teil die mir Nerven... Diese Nerven-Tötenden und zwei Herz-Hel die meine Nerven töten... Mh... Oh du! F- 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 ... Bb bb bm bb... Pire pimp... Ah genau, und ... Lass nochmal machen, also mach mal ein Rennen! Der, 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 der sich nicht schwer Dir, der ist schlimm Es fehlen mir immer nur diese blöden Drei- Äh zwei 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 Un ενsteht zwei wäre das Gut, ich erzähle nochmal von vorne Wir haben Zwei schon geholt Dann haben wir dieses Spiel hier, dann hätten wir drei Dann haben wir das mit Geld Dann hätten wir vier, fehlen noch vier Dann haben wir noch den Friedhof Dann hätten wir fünf Fehlen noch drei Ähm Ähm Ach ne, wir haben ja erst drei Dann haben wir noch zwei 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 Und eigentlich nur Die Blüte Ah, ich habe das Gefühl, ich werde immer vergesslich Oh, was für zwei sehen das? Ui, das war perfekt Aber war nicht gut Ja, ja So, dann sage ich hier Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao